Zeitgleich mit der Watches & Wonders 2024 stellen in und um Genf natürlich noch weitere Uhrenhersteller ihre Neuheiten vor. Eine davon ist Doxa, die im Hotel Beau Rivage die 39mm große Sub 200T vorgestellt hat, eine Uhr, die erstmals den 39mm großen Durchmesser bringt, einer Größe, die in den letzten paar Monaten respektive Jahren immer populärer geworden ist, angefangen mit der Pelagos von Tudor oder aber auch der jüngsten Legend Diver von Longines. Doxa bringt ebenfalls 39mm ans Handgelenk, wobei das Zifferblatt hier etwas schmaler ausgefallen ist und damit die Wirkung am Handgelenk durchaus etwas anders daherkommt. Die Uhr ist mit 99%iger Sicherheit von einem Selliter SW200 angetrieben und damit kommen wir auch schon zur wichtigsten Information in diesem Video. Ich konnte die neue Kollektion bereits ein paar Wochen vor der offiziellen Vorstellung sehen, das heißt, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann offiziell lanciert wird, sich a das ein oder andere Detail noch geändert haben könnte und b mir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Infos vorliegen. Dafür kann ich darauf verzichten, aus irgendeiner schäbenden Hotellobby ein Video zu machen und kann das Ganze etwas besser vorbereiten bis dann zum offiziellen Lansierungszeitpunkt im April. Die Uhr kommt mit einem massiven Gehäuseboden mit einer verschraubten Krone, die das typische Symbol der Marke beinhaltet, wieder in unterschiedlichen Farben, je nachdem welche Variante man sich entscheidet. Bei den Bändern gibt es ebenfalls ein Gummiband, respektive ein Metallband in Reißkornoptik mit Fallschließe und wie gesagt, die Uhr misst 39 mm im Durchmesser, passt also praktisch auf jedes Handgelenk, egal von welchem Geschlecht. Wer mehr über die SOP 200T von DOXA erfahren möchte, im Beschrieb des Videos ist der Link. Wer Fragen hat, kann gerne dazu das Kommentarfeld benutzen. Ich freue mich über jede Form von Feedback und natürlich vor allem über ein Subscribe, damit solche Videos automatisch im Feed auftauchen.